Der Hohn ist am dampfen. Der Penis am kringeln. Die heiße Phase beginnt. Und die Aufnahme startet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft The Bridges. Heute leider ohne Max. Weil Max erkältet ist und er kann nicht... So, heute spielen wir eine Runde Minecraft, voll cool. Nee, echt nicht. Jetzt fickt euch. Ohne Spaß. Ich hab gar keinen Bock auf euch. Würdet ihr mich nicht bezahlen für die Scheiße? Dann will ich mir gar nicht rumchillen. Ohne Witz. Würdige Schwulen. Nee. Ich hab grad versucht, einem das zu viel verlangt. Nee, das Ding ist, das Ding ist, die letzte Runde, wo ihr sofort wieder quittet seid, die wird auch bei mir mit reinkommen. Dann werden die Leute sehen, was für scheiß Mixer ihr eigentlich seid, weil ihr die ganze Zeit rausgeht. Ohne Witz. Geht gar nicht. Ohne Witz. Ja, weil du nichts kanntest. Das ist verletzend. Das ist gut, einem das Eisen zu klauen, aber es hat nicht geklappt. Guck, genau. Der hat gegeiert wie so der letzte Hurensohn, weil er ist... Ich komm jetzt runter. Ich bin fast runtergefallen, ne? Holstein, er will da hin, ey. Das ist das erste und letzte Eisen, was der Junge in seinem Leben gefunden hat. Ja, wo bist du jetzt, Mann? Henning, wo bist du? Ah, da bist du. Ah, da bist du. Guck mal, guck dir ein Stück Scheiße an, er kann nix. Jetzt komm, gib uns hier nochmal Stein. Ja, wir machen uns jetzt hier so einen erotischen Raum. Alter, guck, du bist der jetzt so lange gebraucht. Ich muss erst nen Raum machen. Ja, gut, wir gehen jetzt hier runter. Gib mir schon mal ein bisschen Stein, damit wir auch mitmachen können. Ja, ja. Mitmachen. Teilt es halt auf, Christoph, verpiss dich, der Max auch noch was kriegt. Max hat was bekommen. Der Matz, alter. Matz. Hosenmatz. Hosenmatz, oder was? Fick dich doch einfach. Und was dazu sagen, die zwei Jungs haben ein dickes Zoffen vorhin einfach nur deswegen. Ja, sicherlich. Nee. Ich wollte noch mit Christoph heute in der Kneipe und da freu ich mich richtig drauf. Auf Arbeit trinken wir nicht. Fickt euch. Ich muss morgen, ne ich muss nicht arbeiten. Ich bin krankgeschrieben. Aber trotzdem. Ich hab Urlaub genommen. Findest du es jetzt cool oder findest du es eher witzig? Ich hab auch frei. Ich find's einfach geil, weil Christoph nicht unser Leben gehört, aber einfach so genießen wie die Könige. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich hab Eisen gefunden. Was macht er? Er stellt sich erstmal. Guck ihn an. Guck ihn an. So ein Stück Shit. So ein... Ich hasse solche Menschen. Ich hasse so ne Menschen zutiefst. Ich weine. Ja. Ich huste. Er ist, glaub ich, gut, weil er runtergefallen ist. Hoffentlich, Alter. Ich hab da ein Loch hingemacht. Und da ist er durchgefallen. Solche Menschen haben's nicht anders verdient. Einfach nur schicksaltechnisch bedingt. Lol, ich seh Diamanten von hier auf der anderen Insel. Was soll ein Kack? Ja, Christoph, das Problem ist, das Loch wird da immer bleiben, ne? Wir dürfen jetzt mal nicht runterfallen. Das Loch wird immer bleiben. Ich hab ihn kurz noch beleidigt im Chat, aber das... Naja, ich hab Noob geschrieben. Das ist okay. Das ist richtig harte Medellin. Das hat deine Mutter auch mal. Das ist wirklich okay, weil ist ja richtig Noob hier. Naja. Christoph baut ihn runter. Dat war Noob ich. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, ich hab nur ein Loch hingemacht, dass er da selber durchdreht hat. Da kann ich ja nix für. Da kann ich ja nix für. Braucht ihr Kohle oder habt ihr in eurem Leben schon mal Kohle hinbekommen? Ich hab Kohle, ich hab Diamanten. Henning, kannst du was? Kannst dich schon abbauen oder noch nicht? Nee, kann ich noch nicht. Guck, Henning kann eigentlich gar nicht. Das ist einfach schlimm. Nee, eigentlich nicht. Ist meiner, aber kann nichts. Ja, gib mir mal ein bisschen Sticks. Mein Eisen brennt ja schon. Ja, Stick an Stick oder wie war das? Ja, komm, hier. Ja, verpiss dich. Blockier mich hier nicht halt. Was kannst du in deinem Leben? Nimm halt das Holz, was ich da hingelegt hab. Voll die Agro-Runde, Alter. Ohne Spaß. Auch schon die letzte. Ja, guck, Christoph, ich mach jetzt mal eben hier. Agro-Niedersachsen. Pff, Alter, was für Niedersachsen. Zum Glück hör ich da nicht dazu, ey. Der ist ja lubisch, ey. Ja, Agro-Baden-Württemberg hört sich auch echt scheiße an. Das muss ich sagen. Ja, aber Niedersachsen hat sich genauso beschwucht mit an, hallo. So, Christoph, ich bin hier. Wo sind die Dias? Ja, da, wo der Cobblestone drüber steht halt, ne? Ja, weiß ich das, wo der drüber steht. Ja, komm, ich komm halt hier. Das ist dunkel, du Scheißstück. Da. Oh, Alter. Oh, hat der sich den gesnackt. Du bist so scheiße, was kannst du eigentlich, Christoph? Ja, der hat da halt nen Gang gemacht. Ich hab da von oben zugemacht, aber dann nicht von... Boah, Jungs, Alter, ich baue hier grade Eisen hart am Limit ab. Du warst zu langsam. Ach, ich hasse euch, ey. Ich spür mit so nen Loops, Leute, ey. Ich sah da auch ordentlich Eisen. Wegen euch kriegt diese Folge wieder richtig viele Dislikes. Ich weiß das ganz genau, ey. Kriegst du sowieso einfach nur. Was könnt ihr denn? Wenn früh am Morgen die Werke sind in den Trütteln. Oh, ey. Ich hab zwei Eisen bis jetzt gefunden. Das ist doch was, oder? Yeah, ich hab auch noch zwei Eisen. Oh, ich hab Dias. Ich hab 14 Eisen. Ja, Henning, immerhin reißt dir jetzt mal was. Allee. Wird doch langsamer Zeit, ey. Du bist bald 19. Hast noch nichts hingekriegt. Doch. Was denn? Das hat mal ein alter damit zu tun. Tja, das im Leben was sagt. Dass du jetzt erst Dias findest, das ist ganz schön bitter. Ich hab Dias gefunden, Henning. Komm her. Boah, Leute, was soll ich denn machen? Deine Mutter kommt. Weißt du? Wenn ich sie kraule. Kommt die direkt, oder was? Ja, die kommen ins, denn die musst du nur anfassen. Das ist aber krass. Ja, komm hoch hier. Wo ist denn dein hässlich aufgangen? Über dir. Über dir. Ich bin über dir. Ja, weiß ich. Muss ich mich jetzt hochbauen? Ja, dann kommst du genau zu den Dias. Oh, heftig. Ach, Leute. Ich seh's nachher schon kommen, ja. Ich bin einfach dein Dienstleister. Ja, ich seh's auch kommen, ey. Bei Dias. Ohne. Ja. Leute, das waren sogar drei Dias. Direkt ins Gesicht, oder wie war das? Ich hab jemanden zugebaut. Sehr gut. Wenn wir noch Dias finden, dann haben wir alle gewonnen. Ja, super. Brudi. Ein Tier noch. Ein Tier noch. Ein Tier noch. Money Witch. Weißt du, wer da Barbo ist? Warte mal, macht euch doch schon mal Öfen und brennt nebenbei ein bisschen Eisen, so wie der König das auch macht. Sag mal, du denkst auch, du wärst Manuel Neuer, oder? Nee, ich hab nichts berissen. Weißt du, wenn ich will, zuhause bist du dann einfach nicht mehr Manuel Neuer. Wie kann man eigentlich so nichts finden, wie ich einfach? Das ist so. Michael Ballack, oh cool. Boah, ich hab Eis, ein Ei, ein Ei. Oh, ich hab Ballack. Schön krass. Oder wenn ich will, bin ich auch wieder deine Mutter. Mit Puppe im Gesicht. Einfach nur, um das dazu zu schmeißen. Jetzt noch als epischen. Da will man so raussnacken, so mit der Zunge. Oh, Alter. Fuck. Nee, das heißt. Ja, das ist richtig geil. Ich krieg hier bald einen zu viel, ja. Einen? Das ist aber traurig. Nee, der kriecht einen, weißt du. So hoch. Egal. Nee, so runter. Egal, jetzt. Jungens. Könnte mal seriös bleiben. Sing mal, Max. Ah, die Fresse. Warum willst du jetzt hier so ein Sing, ey? Fassbar. 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 Fassbar hat ihn die ganze Zeit schon provoziert mit Sing mal. Warte, warte, warte. Was ist die Grundidee, dass wir singen? Ich bin... Oh, Gott. Alter, da wollte mich einer runter. Hey, nee, jetzt Junge. Das muss ich jetzt ganz kurz nachforschen. Bau einen runter. Nee, sing mal was. Da kommt ein Witz von mir. Sing mal was. Nee, ach so. Das war schlecht. Also ich dachte, das ist irgendeine Anspielung auf die Audionachricht oder sowas. Richtig war. Keine Ahnung. Aber ja, passt. So. Ich hab den Typen nochmal runtergebracht, Christoph, den du runtergebracht hast. Wow. Jungs, wir sind noch sechs Leute. Ihr macht so tolle Sachen. Wisst ihr, wie kann man denn so spielen? Wie kann man denn so ein Arschloch sein? Das ist... Max? Sing mal, Max. Ich hab Dias! Kinder! Sehr gut, Herr Ding. Sehr gut, Herr Ding. Sehr gut. Aber sehr gut. Sehr gut. Alter. Das war schon ein bisschen laut jetzt. Du bist runtergefallen. Nein. Bist du jetzt raus? Nee. Wär so schön gewesen, Alter. Aber die Dias sind sechs. Ich bin runtergefallen. Ich hatte sechs Dias. Du wolltest die ganzen Dias. Hi, Max. Verpiss dich. Nein. Aber scheiße. Also ich bin eh für die Taktik aktuell. Ich werde jetzt gleich mal in Eisen brennen. Und dann werde ich rausgehen und direkt auf die... Alter. Direkt auf... Alter. Du bist so ein Stück schön, ne? Du bist so ein Stückchen gut. Und das ist einfach... Das kann man nicht mehr feiern. Das ist einfach nur... Eine traurige Angelegenheit mit dir einfach zu spielen und generell Zeit zu verbringen. Das ist einfach nur... Ich... Ah. Aber du kriegst doch nicht... Nein. Du brauchst dich gar nicht recht bei dir jetzt. Nein. Wir haben meine ganzen Tränen nicht letztes Mal schon verflossen gewesen. Ich meine, hast du das Eisen schon gebrannt? Nee. Auch nicht alles. Oh. Ach, der kluge Henning. Du hast ja gar nichts. Der kluge Henning tut nicht sein Eisen komplett scheinen. Wir hätten alle ein Diaschwert gehabt. Leute, ich will die Runde jetzt rocken. Ich will die gewinnen. Sonst ist... Nein. Du hast noch eine Minute. Ey, könnt ihr den dritten Ofen da unten? Da, da unten? Hä? Das sind meine Ofen, aber ich kann da nicht reingucken. Hast du das Eisen rausgesnackt? Ja. Du hast Eisen da rausgesnackt. Gib mir das wieder. In der unteren konnte ich reingucken. Warte, ich geb's dir wieder hier. Arschloch. Nein. Danke. Ja, gib mir halt die Hälfte oder so wieder. Aber da ist okay. Oh, nee. Leute. Sechs Dias. Nee. Ja, nee. Ich komm nicht klar drauf. Ich komm einfach nicht klar drauf. Willst du Äpfel haben? Guck mal, ich geb dir mal schon mal Äpfel. Hey, hör auf damit. Ich weiß vielleicht, wenn du dich tötest. Und dann... Was ist passiert? Nein! Was soll denn die Scheiße? Ich hab absolut keinen Bock mehr auf dich. Weißt du, was ich jetzt machen werd? Nee, nee. Diese Runde machen wir Hard Action. Diese Runde werden wir sofort, wenn die Brücken aufgebaut werden. Oh mein Gott. Fast runtergefallen. Oh Max, ey. Warum hättest du denn runter? Warum baust du? Warum machst du mich nervös? Meine Freunde? Das war alles safe. Das war alles safe. Ja, ja. Ich geb dir gleich safe, Alter. Mann, Mann, Mann. Was ist los mit den Leuten, ey? Alles noch in meinem Plan. Wahrscheinlich hattest du einen Plan. Boah, ich bin hier grad in so'n Battle, ne? Mit so'n Typen. So richtig viel kannst du nicht, ne? Anna, Castro. Battle im eigenen Team. No, 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 no. Malle ist nur ein Malle. Ja, Rockstar Henning, Teamkiller. Guck. Ja, was wirst du denn? Hat er schon reingetrieben. Teamkiller. Ja. Ja, so zwei Minuten später drüber lachen ist auch nicht mehr lustig irgendwann. Ja, doch. Irgendwo schon. Also, wo ist denn unsere Basis? Was für ne Basis. Ganz ehrlich, wir haben noch drei Sekunden, ey. Ja, scheiß Runde, ey. Ganz ehrlich. Ich mach mir jetzt ein Eisenbrustpanzer, ein Eisenschel, dann geh ich raus. So, die Bridges. Die Bridges spawnen. Hallo? Und ich überzeuge durch Kampfskill einfach. Boah, Max hat mir mein Eisen geklaut und ist dann runtergefallen damit. Scheiße. Ja, weil du mich runtergefallen gelassen hast zu und sein. Die Jungs, komm, wir gehen direkt auf die Brücke. Hallo. Hallo. Ich hab dir vertraut. Ja, ja. Max. Ich hab dir mein Eisen anvertraut und wurde bitte enttäuscht. Kannst du mir bitte Eisen geben? Oh nein, Alter. Ich werd so hart versagen. Sticks vielleicht? Dann kann ich mir wenigstens ein Eisenschwert machen. Ja, komm, ich lass das einfach. Da kommt ein Blauer direkt auf mich zurück. Ich hab uns auch ein Eisenschwert. Oh, was ne beschissene Kackrunde. Ich glaub's gar nicht, Alter. Ich glaub's gar nicht. Ja, komm, fick mich. Ne, fick mich doch direkt ins Arschloch rein, hä? Max ist schon tot? Ja. Max ist tot. Ja. Weißt du, ganz ehrlich. Oh, Mann. Die Fresse. Oh, hier ist einer mit. Henning, komm her. Ich kann nicht. Ich hab noch nicht mein Schwert. Hoffentlich verreckt ihr. Warte gleich sofort. Nee. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Ich hol den. Ich hol den jetzt. Ich profitier jetzt. Ich bin auch gleich tot. Ich bin tot. Beste Runde ever. Beste Runde. War einfach gut. War einfach gut. War einfach gut. Ja, man muss ja nicht immer gewinnen, sag ich dazu. Man muss ja nicht immer gewinnen. So wie das sonst immer lief, muss das ja nicht immer sein, ne? Also alle bitte in die Kommentare schreiben, was für Noobs die Rockstarriale eigentlich sind. Was denn halt dein Maul? Was kannst du denn, wenn du runterfällst, ey? Runterspringst. Er ist runtergehüpft. Ja, wenn Leute Blöcke hinter mir wegbauen, ja, dann bin ich nervös wert und runterfall. Ja, ja, ja. Ja, es war einfach die beste Runde im Königreich von mir und ja, weißt du, tschüss. Gute Ö. Tschö mit Ö. Viel Spaß. Ja, es war sehr trick. Entschüss! ihö. Waw! Waw! that was ... dass... es IV war's. Es weiß aber. Es gibt ... Vielen Dank.